servus liebe leute heute zu einer kurzen update information am späten abend so spät ist nur gar nicht geht noch voll klar vor der james league noch kurz können ok also update informationen gibt es heute bei mir auf dem kanal und es gibt update informationen zum thema testspiel und das hat folgende turnierregeln zu folge hier im hintergrund seht ihr das noch vom normalen ich werde es euch einfach im hintergrund sagen müsst ihr mir also aufmerksam zuhören was jetzt sich geändert hat weil ich nicht wusste ob man die bilder einblenden darf oder nicht schauen wir mal ob ich das noch hinkriegt hoffentlich den link unten in der beschreibung wenn nicht verzeiht mir das video muss schnell wie möglich raus halt mich möglichst kurz also fangen an königslevel steigert sich plus 1 mit dem level geht auf 9 gewöhnliches level limit genauso auf 9 seltenes level limit geht auf 7 episches level limit geht auf 4 das legendäre level limit bleibt weiterhin auf 1 da hat super sehr gesagt sie möchte noch abwarten könnten es aber wie gesagt irgendwann noch anpassen die verlängungsdauer bleibt weiterhin bei drei minuten das war es zum thema testspiele das ist alles nur im schnelldurchlauf wenn es raus ist wird es noch mal intensiv durchgegangen aber ich will so schnell wie möglich jetzt raushauen das video was gibt es zu den spenden zu den spenden gibt es auch was neues supercell hat sich überlegt 10 gewöhnliche karten ist ein bisschen wenig und wie viel 10 ist ein bisschen wenig und eine rare card ist ein bisschen wenig bei arena 7 dass wir jetzt hier nun mal das ist ja der andere akkord beim anderen werden wir arena 7 da bekommt man also kann man 30 gewöhnliche karten anfordern oder drei karten das bringt einen ganz schön weiter auf jeden fall mal des weiteren kann man jetzt sechs gewöhnliche karten auf einmal spenden bei einer anfrage und eine rare card das bleibt aber wie gesagt der eine kollege kann dann drei anfragen das war es zu den informationen hoffen es hat euch gefallen lassen liked dafür mehr update informationen und ich werde das video so schnell wie möglich rendern und raushauen also haut rein bis dann ich will keine zeit mehr verschwenden und wenn es zu schnell war gönnt es euch nochmal also kein problem ciao ciao ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020